was geht leute willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wie ihr sehen könnt haben wir wieder drei packs von EA geschenkt bekommen das seltene spieler pack 85 plus aber um diese drei packs geht es heute gar nicht freunde und zwar es geht gleich um den 85 x 10 player pick aber ich baller kurz die packs durch nebenbei und wir gucken einfach was wir ziehen und den ersten pack haben wir kein walkout wird geskippt deutschland ich denke mal reuss ne guindogan im zweiten haben wir da lang schnell das zweite im zweiten haben wir kommen junge ein road to the final brasilien rf real madrid rodrigo ja ist okay hauptsache ein walkout und eine special card und jetzt kommen wir zum dritten davon wir kommen zum letzten pack und gleich schließlich kurz die spc ab und im letzten pack haben wir von den geschenken haben wir einen besser gesagt keinen walkout schon wieder er hat uns ja gar nicht gar 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 nicht gegen so genielles duplikat den können wir auf transverlust hinzufügen ich schieße kurz das pack ab dann sehen wir uns gleich freunde bis gleich ja freunde wir sehen können schließlich gerade die spc ab diese spieler gehen wir ab die bräuchte alle nicht team absenden und ich hoffe irgend freunde ich hoffe wir ziehen ein team auf die messi ronaldo kante mbappé hauptsache was gut ist komm ihr das öffnen wir mit der nase in drei zwei eins let's go nose pack komm junge wir haben uns was je ein inform cracked spanien 7 VR die sauer pairimmer 98 und wir haben sie kommen oh mein gott und sie sich erst noch 95 ehrogene aushman dem Frage weur está das 1 2 3 4 5 wenn man schutzten 6 7 8 9 walkouts guckt euch mal die werte von dem beläherrn teuer ist der kostet eine million wir hatten ja respekt erfunden das war es mit dem video freunde lasst gerne ein like und ein abo da wir sind kurz vor den 80 abonnenten ich glaube es fehlen nur noch zwei ich würde mich über jede unterstützung freuen bis zum nächsten mal und ciao